moin moin liebe leute und herzlich willkommen hier ist wieder euer silent ghost schön dass ihr wieder eingeschaltet habt hier zu einer weiteren schnellen platin ja immer wieder sonntags mittlerweile kennen wir das ja ja breakthroughs gaming arcade hat wieder zwei spiele rausgebracht hier ist das erste skateboarding ja ziel ist es bei dem ganzen 7000 punkte zu erreichen ja wir müssen da immer so über die rampen da per backflip oder frontflip der backflip könnt ihr nicht bei jeder rampe machen also schon bei jeder rampe bis auf eine ja ich werde euch natürlich zeigen welche das ist bei dieser rampe könnt ihr dann einen frontflip machen für ein paar extra punkte und das andere game heißt space das werde ich natürlich direkt danach machen und hier haben wir das ding einfach mal an wirklichen trick gibt es hier leider nicht ich habe ein bisschen darum experimentiert aber habe leider nichts herausgefunden aber eigentlich ist es relativ easy das ganze hierzu zu erreichen hier machen wir den frontflip steuerkreuz nach rechts hier zurück und den x button betätigen ja so sagt und hier machen wir die frontflips ja ihr könnt euch hier gut merken welche rampen ich benutze für die backflips und welche für die frontflips drei runs habt ihr zeit dafür diese punkte zu sammeln ob wir das jetzt direkt beim ersten mal hinbekommen wird sich gleich zeigen ja bei den rampen immer wie gesagt backflip so hier da ist er schon fertig da ob wir das jetzt da es könnte eng werden gut möglich dass wir wahrscheinlich noch einen durchlauf brauchen mal sehen hab jetzt in der ersten runde nicht allzu viele punkte gesammelt ja ihr könnt auch hier zweimal machen das geht auch ja für paar extra punkte ja da war ich jetzt bisschen spät dran das war jetzt natürlich sehr sehr schade das hat leider nicht funktioniert da bin ich ein bisschen zu früh abgesprungen da hätten auch nicht mehr viele punkte gefehlt das hätten wir eigentlich noch hinbekommen aber kein problem wir starten direkt einen neuen run so jetzt hier aber auch da ist wieder eng mit den punkten also im ersten run wäre schon ganz gut wenn man 2000 hätte aber mal sehen was noch so geht wir haben ja zeit wir machen ja hier kein speedrun oder so so time up da haben wir schon fast 5000 vielleicht bekommen wir es jetzt noch hin in der zweiten runde so wenn mir hier kein fehler unterläuft seit mal wieder sonntagmorgen so ich glaube da haben wir es schon lass mich mal nicht ablenken hier jawohl nice da ist unsere platin trophäe hat ja wunderbar funktioniert ja zwei versuche gebraucht und dann war das ding hier schon fix ja leute dann würde ich sagen wünsche ich euch ganz viel spaß ja beim trophäen sammeln ich denke das sollte eigentlich gut funktionieren und ja ich bedanke mich natürlich beim zuschauen fürs zuschauen besser gesagt wenn euch das ganze gefallen hat liken kommentieren und falls ihr das noch nicht getan habt abonnieren glocke aktivieren damit ihr auch keine videos mehr verpasst und bis zum nächsten mal bis dahin macht's gut und servus bis dahin ist bis nach bis nach